Die Verbundenheit mit den Aboriginals ist sehr inspiriert, wie sie spielen und ich würde auch ein paar Stücke in der Errichtung machen. Natürlich nicht richtig traditionell, aber inspiriert. Also ich spiele selber auch, wie vielleicht viele, die hier rüberhören. Ja, es ist variantenreich, es ist interessant zuzuhören, was ja nicht so einfach ist mit solchen Instrumenten in dieser Zeit. Also ich finde es immer wieder faszinierend, die verschiedenen Facetten von den verschiedenen Tidgeridou und auch wie er auf jedem Tidgeridou jedes Stück auch so speziell interpretiert. Einfach die verschiedenen Rhythmen, die man mit diesem tollen Instrument machen kann. Ja, ich spiele auch selbst. Ich bin aber, habe jetzt Pause gemacht, aber ich werde wieder spielen. Es ist grossartig. Von mir aus müsste ich gar nicht einmal ein Wörtchen reden dazwischen, sondern einfach spielen, 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 weil ich finde, es ist halt einfach der Beste. Es spielt so gut, es geht so um die Haut.